Hallo Freunde, ich versuche mal ein bisschen was zu erzählen. Ich bin jetzt heute Abend mit meinen Freunden Nikolaus, Kofran und George in Saftel Nur in Tripoli. Das ist der Hauptplatz der Demonstrationen. Ja, ihr habt es ja mitbekommen, in ganz Libanon wird demonstriert und es wird der Regierungssturz gefordert, also dass die Regierung geschlossen zurücktritt. Mittlerweile wurde die Regierungserklärung rausgegeben, gestern, mit ganz vielen Neuerungen und Änderungen. Also das Wichtigste zuerst, es gibt keine neuen Steuern und es gibt auch keine Steuererhöhungen. Das Zweite sind die Reduzierung oder die Kürzung der Gehälter der Politiker. Und noch diverse andere Dinge, die alle noch dazu kommen. Ja, ausgelöst wurde die Krise hier, weil geplant war. Weil die Regierung vorgehabt hat, eine Steuer auf alle WhatsApp-Anrufe zu erheben. Das war, wo das fast ein Überlauf ist. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir haben ja auch hier die Bankenkrise, die allerdings wurde ja hauptsächlich ausgelöst durch den sogenannten Wertloswesten, sage ich jetzt mal. Vor allem durch die Sanktionen gegen elf ybanesische Banken, weil diese Banken konnten der Hezbollah zur Verfügung gestellt haben. Ja, und dadurch hatten wir eben halt auch eine Bargeldknappheit, dass wir an manchen Tagen überhaupt kein Bargeld von der Bank kriegten. Zum anderen, das nächste Problem war ja die Stromkrise, die sich jetzt noch verschärft hat durch vor zwei Wochen die Waldbrände. Ihr habt es gleich mitbekommen, Libanon und Syrien hatten große Waldbrände. Und bei diesen Waldbränden wurden eben halt die Stromleitungen von Syrien, ne Libanon, von Syrien nach Libanon zerstört. Bis zum nächsten Mal. Niklas? Hey, Maare. Warum sind die Menschen in der 근데? Die Menschen hier, Maare, das ist Frieden. Die Menschen hier, das ist ein 네er Regime. Das sind neue Menschen, neue Schüler, neue educiertene Menschen, die in der Regierung kommen und die jetzt wiederkommen, Ich will den Leuten zeigen, dass sie für den Prozess unserer Lande arbeiten. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Weil die Leute alle verabschieden sind. Die Leute haben keinen Geld. Die Wirtschaft ist nicht gut. Die Situation in Lebanon ist nicht gut. Das ist warum die Leute verabschieden sind. Die Leute brauchen eine Veränderung. Und was ist eine Veränderung? Wenn... Du meinst, dass die Regierung zu gehen muss, um eine Veränderung? Und was kommt? Wir wollen alle Leute, die in der Regierung resignieren. Okay? Und gehen nach Hause. Und wiederholfen unsere Menschen. Denn ja, das ist unsere Geld. Wir haben jetzt neue Regeln. Sie reduzieren die Politiker's salaries. Und... Sie reduzieren 50 Prozent. Und sie reduzieren die Energie. Und sie reduzieren die Energie. Und so viele neue Dinge. Und sie haben gesagt, keine neue Taxen. Und neue, höheren Taxen. Ich denke, das ist nicht genug. Ich denke, das ist nicht genug. Das ist genug. Das ist genug. Nicht genug. Vielleicht wenn sie bleiben, sie wiederholen werden. Sie wiederholen das Geld? Sie werden es wiederholen. Sie werden sie wiederholen. Sie werden es wiederholen. Wir brauchen eine neue Regime. Wir brauchen neue Regime. Wir brauchen neue Leute. Das ist das wir brauchen. Wir brauchen neue Leute. Wir haben viele Leute, die in der Regierung sind. Wir haben viele Leute, die in der Regierung sind. Wir haben viele Leute, die in der Regierung sind. Wenn die Regierung kommt, wer kommt? Ich habe gesagt, wir haben viele Leute. Das ist ein neues Land. New, fresh, educated people. Das ist unser Leben. Hast du heute über die Militär? Ja. Das ist die Militär Stamperry. Wir hoffen, dass alles gut ist. Das ist die Militär Stamperry. Für die Stamperry Zeit. Vielleicht. Um das Land zu kontrollieren? Ja, zumindest in dieser Situation. In dieser Situation. Nach dem, wir werden neue Regeln machen. Wir werden ein neues Regime machen. Okay? Und wir werden eine neue Elektion machen. Und die Leute wählen die Präsidenten, die sie wollen. Ja. Diezeit haben wir eine neue Regime in Mai. Es ist ein neues Regierung. Nein. Wer sagt das? Dr. Anfang 2018, haben wir eine die Es ist die gleiche Regierung. Die gleiche Leute. Die gleiche Leute, die wir in der Lande haben, 13 Jahre alt sind. Die Leute können nichts essen. Die Leute können nichts machen. Die Leute sind verabschiedet. Wenn wir ein neues Regierung haben, sie haben die gleiche Probleme, sie haben keine Geld. Das ist der Grund, dass wir die Regime ändern müssen. Wir müssen die Regime ändern. Wir müssen die Regime ändern. Wir müssen die Regime ändern. Wir müssen die neue Regime ändern. Wir müssen die neue Regime ändern. Heute haben wir über die Regime der Franzosen für die Regierung. Ein ist ein Muslim, ein Sunni, ein Maronite. Der Präsident ist das und der Präsident ist das. Ich verstehe, wenn der Präsident ist ein Sunni. Ich verstehe, wenn der Herr Minister ist ein Christian. Ich verstehe nicht über die Religionen. Ich verstehe nicht über die Menschen. Ich verstehe nicht über die Religionen. Ich verstehe nicht über die Religionen. Bleib die Religionen auf dem Schiff. Okay? Wir interessieren nicht über das. Danke. Danke auch. Ich liebe dich. Es gibt ziemlich viele Probleme. Das größte Problem sind die von Frankreich festgelegten Gesetze, dass bestimmte Positionen in der Regierung von bestimmten Religionsgruppen besetzt sein müssen. Und dieses Gesetz aus der Kolonialzeit wollen die Libanesen als erstes Zweck haben, dass sie frei entscheiden können, wen sie wählen können, unabhängig von der Religion, um den dann in die Regierung wählen zu dürfen. Also ich werde noch ein paar Bilder einfangen und werde sie dann wieder heute Nacht versuchen hochzuladen. Also bis dahin erst einmal liebe Grüße hier aus Tripoli vom Platz Satanur. Jalla Mai!